Hat super gut gefallen. Sogar unseren Kleinsten hat ganz schön fleißig mit Hittern und wir fangen uns echt super. Hat viel Spaß gemacht. Danke Alex. Vielen Dank für die Show. Hat richtig Spaß gemacht. Es wurde überhaupt nicht langweilig. Es war richtig witzig. Immer wieder gerne. Er organisiert richtig geile Stimmung und er fühlt es einfach. Einige, die mir unglaublich gut gefallen haben bei dem Moderator waren, erstens, ich habe selten jemanden gesehen, der so gerne seinen Job macht und einfach von Anfang bis Ende das absolut gefühlt hat. Und das finde ich echt klasse. Zweitens, war es einfach total lustig und spaßig. Ich habe mich von vorne bis hinten super entertaint gefühlt. Das war einfach ein richtig tolles Programm. Und drittens natürlich auch, er ist auch super flexibel und einfach immer toll auf unsere Wünsche eingegangen, die wir noch kurzfristig mal hatten. Und ja, diese Flexibilität, die lobe ich mir. Ich möchte feststellen. Ich möchte feststellen. Ich möchte feststellen.